Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Jonathan Nagle und heute möchten wir einmal darüber sprechen, welche Produkte du genau in deinem eigenen Online-Shop verkaufen solltest. Weil vielleicht hast du dich jetzt ein bisschen mit dem Thema Dropshipping oder E-Commerce auseinandergesetzt. Du hast jetzt verstanden, wie das ganze Prinzip eben funktioniert, wie der genau Ablauf ist. Aber jetzt fragst du dich immer noch, hey, welches Produkt soll ich denn überhaupt verkaufen? Weil wenn du kein Produkt hast, ja, dann kannst du auch mit den weiteren Schritten nicht fortfahren. Du kannst keinen Online-Shop aufbauen, du kannst keine Werbung schalten, wenn du nicht ein Produkt hast. Und ein Produkt zu finden, allgemein um eins gefunden zu haben, das ist heutzutage nicht wirklich schwierig. Aber ein Produkt zu haben, was tatsächlich auch wirklich funktioniert, wo du auch Geld verdienst, wo du Umsatz machst, wo du Gewinn machst, das steht halt auf einem anderen Blatt Papier. Das ist für Leute immer noch schwierig, wirklich Produkte zu finden, die funktionieren. Überhaupt ein Produkt zu finden, das ist keine Kunst, das kriegt heutzutage jeder hin. Aber wirklich ein Produkt, was funktioniert, das ist für viele Leute eine Herausforderung, wirklich sowas ausfindig zu machen und zu erkennen, ob ein Produkt funktionieren wird. Weil du willst jetzt nicht 100 Produkte in deinem Online-Shop reinmachen, um am Ende dann festzustellen, dass keines von diesen 100 Produkten dann am Ende funktioniert hat. Das war dann einfach nur verschwendete Zeit, verschwendetes Kapital. Deswegen möchte ich dir heute einmal mit auf den Weg geben, welche Produkte du verkaufen solltest, also was gute Produkte im Wesentlichen, im Kern eben ausmachen, sodass du einfach darüber ein bisschen mehr Klarheit hast. Und bevor wir uns jetzt überlegen, welche Produkte du verkaufen solltest, deswegen ist es auch super wichtig, dass du das Video bis zum Ende anschaust, ist, dass wir überhaupt mal die Verkaufsprozesse, die verkaufspsychologischen Prozesse in unserem Gehirn nachvollziehen. Weil das machen total viele Leute gar nicht, die einen eigenen Online-Shop starten. Und das ist meiner Meinung nach ein fundamentaler Fehler, weil wir sollten uns ja damit auseinandersetzen, warum denn überhaupt jemand kauft. Weil wenn wir wissen, wie Verkaufsprozesse funktionieren, was wir den Leuten bei uns auch immer halt unsere Trainings die ganze Zeit mit auf den Weg geben, wie das funktioniert, wie die Verkaufspsychologie eben funktioniert, wie man Kaufprozesse beeinflussen kann, dann kann ich ja, wie gesagt, besser Einfluss nehmen und weiß dann auch, welche Hebel oder welche Trigger ich genau setzen muss, damit mein Produkt gekauft wird. Und jetzt gibt es so Spezialisten, die sagen, oh ja, ich arbeite ja gerade im Vertrieb, ich weiß das ja alles schon, weil ich kaufe ja eins zu eins. Aber in einem Online-Shop was zu verkaufen, das ist komplett was anderes, als wenn du im Vertrieb arbeitest und von Mensch zu Mensch verkaufst. Weil da hast du andere Grundprinzipien, da hast du andere Grundbedingungen, da siehst du die Person, da kannst du Vertrauen schöpfen, da hast du schon diese gewisse Grundemotion, das hast du alles online nicht. Online musst du deine Webseite verkaufen und die Webseite ist dein größtes Vehikel, um dein Produkt letztendlich abzusetzen. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen mit den Verkaufsprozessen in unserem Gehirn, mit den verkaufspsychologischen Prozessen in unserem Gehirn auseinandersetzen. Und da ist der erste Punkt, die Emotionen. Und das ist eine Sache, die wir von total vielen Leuten nicht verstanden oder missverstanden. Das ist die Sache, dass Kaufprozesse zu 95% emotional stattfinden. Leute kaufen zu 95% emotional, nicht rational. Und das verwechseln viele Leute, indem sie versuchen, den Leuten mit auf den Weg zu geben, warum sie auf rationaler Ebene das Produkt kaufen würden oder sollen. Aber was du den Leuten stattdessen mit auf den Weg geben musst, ist, warum sollten sie auf emotionaler Ebene dein Produkt kaufen? Weil letztendlich ist es so, du kaufst ein Produkt auf emotionaler Ebene und rationalisierst es dir dann selber. Das machen die Leute mit sich selbst. Und das hast du selber schon an dir gemerkt, wenn du mal was gekauft hast und danach so gesagt hast, so ganz auf rationaler Ebene, ja, ich habe mir das jetzt gekauft, damit ich dies und jenes damit machen kann. Oder ich habe das jetzt gebraucht, weil. Das sind alles so diese klassischen Begründungen, wenn man vielleicht irgendwas online gekauft hat, wenn man irgendwas offline gekauft hat, dass man nach Hause kommt und sagt, ah, dafür habe ich das jetzt gebraucht. Zum Beispiel, wenn du jetzt als Frau hier zuschaust, dann kommt dir das auch bekannt vor. Du hast zum Beispiel eine neue Handtasche gekauft. Und sagst dann, hey, ich habe die mir gekauft für die Arbeit, für den Urlaub, was auch immer. Man immer so einen Zweck quasi findet, warum man dieses Produkt jetzt genau kaufen musste. Weil eigentlich hat man es emotional schon gekauft, aber das Gehirn will einfach diese rationale Bestätigung. Und man sucht dann selber nach der rationalen Bestätigung, warum dieses Produkt eben gekauft werden sollte oder warum man es gekauft hat. Wenn man sich halt selber gut fühlt mit seiner Entscheidung. Weil wir wollen ja, dass wir unsere Entscheidung zu etwas Gutem rechtfertigen. Deswegen, da gibt es auch einen ganzen Rattenschwanz von Sachen, die man noch nach dem Kauf machen kann, damit sich die Leute besser eben diesen Kauf nochmal selber verkaufen. Weil die sich das selber nochmal rational verkaufen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Sondern hier soll es darum gehen, wie schaffe ich es überhaupt, dass Leute meine Produkte kaufen. Oder welche Produkte soll ich denn verkaufen, die diese Emotionen eben auslösen. Und das sind Produkte im Wesentlichen, die gewisse Probleme lösen. Oder andere Sachen, die unser Leben verändern. Weil Leute wollen immer entweder einerseits weg von, also Probleme lösen, oder hinzu. Und das ist zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist da, diese Haarbürste für Hunde oder Katzenhaare. Wenn du selber einen Hund oder eine Katze hast, dann kennst du das vielleicht, dass deine Couch voller Hunde- oder Katzenhaare ist. Und es ist super schwierig, mit einem Staubsauger, der so ein großes Loch hat, von deiner Düse das Ganze zu reinigen. Und einfach Pain in the Asses. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich das hin, dass meine Hunde- oder Katzenhaare wechseln. Und da gibt es eben diese Bürste, die diese Haare quasi magisch ansieht. Man fährt nur über das Kissen, oder was machen wir, über die Couch einfach nur drüber. Und diese Haare werden quasi magisch angezogen, weil diese Bürste eben genau für Hunde- oder Katzenhaare entwickelt wurde. Und das ist einerseits ein Problem lösen. Hey, total nervig, dass ich jedes Mal den Staubsauger holen muss. Und wenn ich den Staubsauger geholt habe, dann kriege ich es nicht mal richtig weg. Das ist ein ganz klassisches Problemlöserprodukt. Und es verändert das Leben des Kunden in einer positiven Weise. Jetzt nicht so extrem, das ist mehr ein Problemlöserprodukt. Was Leben verändern würde, ist zum Beispiel, weiß ich, eine neue Matratze für besseren Schlaf oder irgend so ein spezielles Superschlafkissen. Ich mache mal als Beispiel Kissen, mit dem man einfach besser schlafen kann. Weil da wird nicht nur mein Problem gelöst, ich schlafe schlecht, sondern mein Leben wird tatsächlich ins Positive gewandelt. Mein Leben verändert sich dadurch, dass ich besser schlafe. Und das Problem ist, dass viele Leute eben versuchen, diese Produkte auf rationale Ebene zu verkaufen. Und das letztendlich dann überhaupt nicht funktioniert, weil Leute halt emotional kaufen. So, die wollen besseren Schlaf haben. Die wollen weniger Katzenhaare haben. Die wollen ein besseres Leben leben. Das heißt, du solltest, um es jetzt mal zum Thema Schlafen zurückzuführen, du solltest nicht eine Matratze verkaufen, sondern du verkaufst besseren Schlaf. Rolex verkauft keine Uhren. Habe ich schon so oft gesagt. Apple verkauft keine Handys. Es dreht sich nie um das Produkt selber. Deswegen, du musst dieses Thema Emotionen hier richtig meistern. Deswegen geben wir den Leuten bei uns in der Training so viel zum Thema Verkaufspsychologie mit, weil du so viel mehr machen kannst. Du kaufst teuer deine Besucher über Werbung ein, aber verwandelst sie nicht in zahlende Kunden. Und das geht am besten über Emotionen. So, erster Punkt. Zweiter Punkt ist, an sich mal die richtigen Produkte überhaupt auszuhören. Produkte. Und da müssen wir jetzt in zwei verschiedene Kategorien unterteilen. Das ist einerseits Bedarfsprodukte, ich kürze jetzt mal ab, BP, und der Impulskauf. Impulskaufprodukt, IPP. Du weißt jetzt, was es steht, wenn ich es referenziere. Also, Bedarfsprodukte oder Bedarfskauf sind alle Produkte, die ich kaufe, wenn ich schon eine gewisse Kaufabsicht habe. Wenn ich zum Beispiel auf Amazon gehe, wenn ich auf Google gehe und nach was gewissem Google, ich google nach einer Knoblauchpresse, nach was auch immer, dann will ich dieses Produkt schon haben. So, und deswegen geht es hier mehr darum, Vergleich. Welches Produkt ist denn überhaupt das Beste? Welches soll ich kaufen? Ich will mir, mein Lieblingsbeispiel, eine Knoblauchpresse anschaffen. Ich will mir eine neue Klimaanlage, habe ich jetzt gemacht, anschaffen. So, welche ist jetzt die Beste? So, informiere ich mich. Vergleich, mache ich vielleicht auf Amazon, so und schaue ich mir verschiedene Produkte an, schaue mir auf Google verschiedene Ergebnisse an. Vergleich. So, Impulskaufprodukt ist, ich wusste vorher gar nicht, dass ich es kaufen wollte. Und ich kaufe es jetzt einfach, weil es mich in diesem Moment so gecatcht und überzeugt hat. Und das ist was, wo du auch verstehen musst, wo du Werbung letztendlich schaltest. Bedarfsprodukte ist was für Google. Das sind Produkte, wo ich vergleiche. Und Impulskaufprodukte, das ist was für Facebook, ich kurz wieder ab, Facebook, TikTok oder Instagram. Also Plattformen, wo ich scrolle und eigentlich gar nicht mit der Intention da draufgegangen bin, irgendwas zu kaufen. Und dann wird mir das Ganze eben angeboten. Das heißt, es muss mich irgendwie catchen. Und damit es mich irgendwie catchen kann, weil weil eine Knoblauchpresse wird mich jetzt nicht catchen bei Facebook, TikTok oder Instagram. Auf diesen Plattformen bin ich ja hergekommen, um Spaß zu haben, um mich mit Freunden zu unterhalten, weiß ich, Nachrichten zu lesen, aber ich bin nicht draufgekommen, irgendwas zu kaufen. So, da kann ich keine Knoblauchpresse den Leuten anbieten, die sie eigentlich nur kaufen, wenn sie tatsächlich brauchen, brauche ich eben dieses Impulskaufprodukt und dafür brauche ich den sogenannten Wow-Effekt. Das ist was Neues, was man vorher nicht gesehen hat. Und deswegen fällt Leuten Produktsuche auch teilweise so schwierig, weil sie eben nicht verstehen, welche Produkte genau einen Wow-Effekt haben. Welche Produkte heben sich genau ab? Also welche Produkte hat man vorher vielleicht noch gar nicht gesehen? Deswegen, das solltest du unbedingt aufschreiben. Wenn du jetzt einen Blog hast, schreib das auf. Das ist super wichtiger Input eigentlich für dich hier gerade, wenn es darum geht, das Ganze aufzubauen. Wenn du das gecheckt hast, dann bist du den anderen schon mal viel, viel weiter voraus. Also überleg dir, wo willst du hingehen? Willst du ein Bedarfsprodukt haben? Dann musst du mehr damit rechnen, dass du verglichen wirst. Dann hast du einen allgemeinen schwierigeren Verkaufsprozess, als wenn du was anbietest, was sowieso schon einen Wow-Effekt hat, wo sich das Produkt schon von selbst quasi verkauft. Weil, klar, du kannst mit gutem Marketing alles verkaufen, hatte ich ja schon gesagt, aber es ist halt wesentlich schwieriger, so eine Marke wie Rolex aufzubauen, wo es eigentlich nur darum geht, Uhren zu verkaufen, als wenn du schon ein Produkt hast, was an sich eben verkauft. Deswegen würde ich dir auch immer dieses Impulskaufprodukt hier empfehlen, weil du es so viel einfacher hast, was zu verkaufen, was einen Wow-Effekt hat. Und deswegen solltest du auch verstanden haben, dass es zum Beispiel nicht funktioniert. Schmuck. Meistens zumindest nicht als Anfänger. Ich sage nicht, dass Schmuck per se nicht funktioniert, aber für die meisten Anfänger funktioniert es nicht. Kleider. Genau dasselbe Spiel. Erstens, viel zu geringe Marge. Zweitens ist, kein Mensch kauft eine Marke, wenn du selber eine gründen möchtest. Kennt eh kein Mensch. Kannst du vergessen. Schmuck, Kleider. Alles, was zu groß ist. Alles, was zu groß ist. Kannst du auch vergessen. Kannst du niemals versenden, hast einen Haufen Stress. Alles, was zu klein ist, weil es zu günstig ist. Da sehen die Leute keinen Mehrwert mehr da drin, wenn es zu klein ist. Deswegen überleg dir, es ist zu groß, zu klein. Oder der letzte Punkt ist, zu designbehaftet. Oder markenbehaftet. Was meine ich genau mit designbehaftet? Also, designbehaftet ist nichts anderes, als wenn es ja relativ starke Marken in diesem Bereich gibt, die dominieren und wo Leute lieber ihre Marken kaufen. Das gilt für Kleider, das gilt für Uhren, das gilt für alle Sachen, ja auch, ja es ist ein Schmuck, wo Leute auch vielleicht gerne Marken kaufen. Also alles da, wo gerne Marken eben gekauft werden, weil das Produkt an sich ja nicht so viel mehr anders kann. Auch eine Uhr für 150.000 Euro, die kann ich weitaus mehr als eine Uhr für weiß ich 500.000 Euro. Das heißt, es sind alles so Sachen, wo Leute gerne zu Marken greifen oder sich gerne definieren über Marken. Von sowas solltest du auch immer die Finger lassen. Es sind, letztendlich, wenn wir es zusammenfassen oder wenn wir ein Fazit daraus ziehen würden, sind es immer Produkte, die halt einfach zu simpel sind. Produkte, die sich nicht wirklich abheben. So, und wenn du halt in diesem Bereich unterwegs bist und du wirst zu 99% als Anfänger nicht anfangen wollen, Google Ads zu schalten, weil das sehr, sehr kompliziert ist, sondern du wirst im Bereich Facebook, TikTok oder Instagram unterwegs sein, dann brauchst du diesen Wow-Effekt und dann brauchst du Produkte, die sich abheben, die nicht jeder andere verkauft, wo du halt nicht in dieser Vergleichsnische drin bist, wo du nicht bei Bedarfsprodukten bist, wo du dich selber gar nicht mehr richtig abheben kannst. Weil jemand, der vergleicht, der schaut dann nur noch, ist die Global-Presse hier ein, zwei Euro günstiger, welches Material ist oder so klassische Vergleichssachen, die man halt macht. Aber du willst nicht in diese Vergleichbarkeit. Du willst einen Wow-Effekt haben, du willst deine eigene Marke aufbauen. Und wenn du das einmal gecheckt hast, dann ist es für dich viel einfacher, jetzt nach Produkten zu suchen, weil du weißt jetzt, du musst nach was auszuhalten, was eben diesen gewissen Wow-Effekt eben hat. Wenn du dazu jetzt weitere Informationen haben möchtest, so eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man eben diese Produkte mit Wow-Effekt genau findet und was die genau ausmachen, dann kannst du dich einfach auf ein kostenloses Erstgespräch bei uns eintragen unter e-conventures.de und dann machen wir mit dir einen maßgeschneiderten Schritt-für-Schritt-Plan, was in deiner Situation so das Beste ist. Ansonsten wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Erfolg bei der Bruchtsuche und wir hören uns im nächsten Video.